Hallo liebe Leute, wir melden uns hier aus der Bodycoaches Zentrale und heute ist der Tag der Tage für die Alena. Die Alena ist meine Testpartnerin, mein Testcoaching für die HBN Academy. Und ja, wir haben jetzt schon den ersten Termin, den ersten Checkup hinter uns. Die Alena hat mir im Vorfeld schon ziemlich vieles an Anamnesedaten über ihre momentane Ernährungssituation und über den Alltag, was sie so macht, wie sie so arbeitet, wie sie trainiert, wie viel. Also da gibt es unheimlich viele Fragen zu beantworten. Das haben wir soweit alles gemacht und wir haben jetzt heute die von mir ausgearbeitete Ernährungsanalyse besprochen. Und wir haben die erste Ernährungsstrategie festgelegt. Wir haben auch die Körpermaße nochmal genommen, um dann später in vier Wochen im ersten Checkup das Ganze natürlich auf die Probe zu stellen, einen Vorher-Nahe-Vergleich zu machen. Vier Wochen ist so eine Zeit, bei der man dann schon sehen kann, ob was funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Innerhalb von einer Woche, zwei Wochen ist es immer ein bisschen schwieriger, was zu sagen. Auch, dass sich da substanziell schon was getan hat. Aber nach vier Wochen, wenn da noch nichts passiert ist, dann kann man sagen, dann ist irgendwas faul, dann passt irgendwas nicht. Und darum bin ich schon sehr gespannt, wie mein Testcoaching vom Einstieg in die HBN Academy da abschneiden wird. Ja, wie hast du jetzt das Ganze so heute aufgenommen? Hast du jetzt noch mehr Angst als vorher oder siehst du das als Herausforderung oder ist es eigentlich gar nicht schlimm? Erzähl einfach mal ein bisschen. Es ist definitiv eine Herausforderung. Ich muss das auch einstellen können, weil ich Dreischicht arbeite. Das wird erstmal spannend, wie das so zum Umsetzen ist. Aber ich denke, das ist alles machbar. Okay, das stimmt gut. Also für alle, die sich vielleicht auch Gedanken machen, Coaching ja oder Coaching nein. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir jetzt hier einen Termin haben. Dann treffen wir uns eine halbe Stunde und dann schicke ich die Leute wieder nach Hause. Wenn die Alena Fragen hat, dann bin ich natürlich da. Ich bin über Facebook, über E-Mail, Telefon, eigentlich sämtliche Kanäle dann für meine Leute erreichbar. So ist es bei allen unseren Coaches übrigens auch. Und ja, der Vorteil von unserer neuen Academy ist halt ganz einfach, dass wir vor Ort am Kunden sind. Wir machen zwar auch, wir bieten gerne Ferncoachings an, machen das ja auch international. Aber wir können halt wirklich vielen Leuten ein Coaching bieten in der Nähe des Kunden. Und das ist für viele, denke ich, ganz wichtig, dass sie auch mal neben ihrem Coach sitzen. Und das ist auch für den Coach sehr, sehr gut, auch mal ein bisschen gespürt zu bekommen und einfach mal ein bisschen zu quatschen mit dem Schützling. Das baut ein ganz anderes Verhältnis auf. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute da warst. Und ja, in vier Wochen werden wir uns definitiv wiedersehen. Auch hier im Rahmen unserer kleinen Videoserie. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.